ich bin gerade ganz unten und dann nach oben muss ich hin also nur eine weite strecke eine sehr weite strecke und ich klappe hier so ein bisschen die die küste ab und guck mal was es hier so alles schönes gibt ans städte die werden dann aufgedeckt und mein schiff ist nicht voll mein schiff ist mal nicht voll irgendwas stimmt bei dir nicht so gemüse haben wir noch nicht so dann werden wir noch ein bisschen los das ist schön ja vielleicht haben wir auch noch hier zu aber obwohl wir können noch guten gewinn rausholen wir müssen es auch tun weil sonst sind wir irgendwann pleite und guck mal hinten ist einmal in tamak ja die wollen wir jetzt kaffee haben von mir noch jetzt wo ihn kaffee verkaufen kann jetzt wo ihn kaffee verkaufen kann da wollen sie haben die säcke du bist oder der sack ist ja nun der der schizeködig ist es ja nur ein schweinerei ich mache ich habe ich habe aber kaum was auf dem schiff großartig wo ich jetzt wirklich mega mit handeln könnte das ist relativ mit kaffee voll okay da ist schon mal ein schiff da ist blue fiedelt oder sowas da fiedelt einer der blau ist die hat wahrscheinlich zu viel bier genommen wie war die tage ohne mich im chat ich muss sagen ich habe erst seit gestern wieder gestreamt ich habe vieles bei ebay eingestellt etwa von meinen alten rechnern und 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 hatte viel zu tun noch einmal in dem sinne dann natürlich der shop noch und 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 ist ja auch alles nebenbei was noch laufen muss nä ja und ich habe erst seit gestern wieder ein bisschen gestreamt und daher kann ich wirklich sagen mein lieber und wir werden was vielleicht los und hier ist der preis schon ja gut ist der preis auch schön einmal aber wir müssen jetzt für die krone oben was mitbringen sonst ist sie nachher sauer und sie stinke ich auch nicht was ihr war da unten in den gefilten und hat uns nichts mitgebracht tut mir leid aber nein nein wirklich denke ich nicht vor allem bis wann soll ich nicht machen eigentlich 20 august ok juni juli august also bis jetzt ungefähr einen monat haben wir noch zeit bis nach ganz oben zu fahren ich werde jetzt hier so lang fahren mal gucken was hier noch so kommt also ich glaube die stadt hier unten gab es gar nicht oder im dritten teil und auch porto cabezas kommt mir sehr unbekannt vor aber es gab auch komische städte die hat man nie kieler kieler novella oder wort ja aber ich muss sagen auch das stream ein bisschen vermisst und natürlich auch weil das ist das schönste also nebenbei auch nicht unterhalten kann und so wenn ich zumindest mal ich könnte auch das spiel so zocken wäre ja auch eine möglichkeit aber es werden für mein grüß zu sein wenn ich so schön als ich nie mal noch ein bisschen unterhalten zu können das ist ja das schöne namen stream unter anderem oder auch zusammen mal zocken oder irgendwas nur das spiel hier kann man leider noch nicht zusammen zocken es hat noch keine multiplayer müssen aber nur die entwickler ein bisschen ärgern dann werden die mit schon machen wie viel soll ich eigentlich mit nach oben bringen hat er das gesagt ich weiß es gar nicht oh gott das bringt aber auch nicht viel der tabak hier der tabak ist ja eigentlich mega toll weil wenn ich so überlegen oder zu rauchen wenn man das so einfach könnte dann wird man es tun warum gibt sie auch noch so aber ja man vermisst natürlich die leute auch ein bisschen was war das für ein geräusch bei mir oh gott bei mir sind geräusche erzähl mal hast du besuch nee eigentlich nicht ich hab keinen besuch ich hab nur nachbarn aber die müssen mich jetzt auch nicht besuchen erzähl was war da ich hab nichts gehört also mein lüfter ist ein bisschen laut oder so oder ist er hat ihren nachbarn wieder oder obi ach nee ist auch gleich jemand also ist nicht weit weg bei den obi ach das freut bestimmt meine nachbarn hier die immer so gerne rumhämmern egal alles gut nee nee ich hab keinen besuch also jetzt leider auch nicht dann die sommer arbeit nee aber geklingelt hat es nicht oder so weil ich hoffe ich höre die klingel nicht mal weil ich habe mich lüfter bestellt und für meine grafikkarte damit die wieder heißer wird die ist einfach viel zu laut mit dem ersatz lüfter den ich mal dran geklemmt habe der original nicht angehört da ist auch wirklich schwierig einen guten lüfter zu finden für eine 79 heutzutage noch der da auch auf das modell passt weil das scheint mir ein modell zu sein was nicht sehr häufig verkauft wurde ich weiß nicht warum weder bei zu gut war oder zu schlecht ich weiß es nicht bitte fragt mich was anderes ich hab keine ahnung so dann haben wir dann hier noch zucker oh ja weg damit also wenn es nach der türklingel klang dann schrei dann weiß ich selber dann ist der lüfter vorbei das wäre nicht gut absolut nicht gut aber naja gut mein gott dann kommt am montag halt noch mal aber normal wird die türklingel sollte ich hören die ist mega laut oder ich mache komische geräusche es kann auch sein mal öfter mal komische geräusche sollte man langsam von mir doch kennen oder ja komische geräusche mal so oder mein ja doch nehme ich mit oh wir haben 35.000 was jetzt passiert was ist denn jetzt passiert okay hier sind schon viele muss ich echt sagen auf der ecke ja schön viel an an städten wieder aber manche manche teilen die sind so okay kommt dann mal nicht statt aber hier sind schon viele nebeneinander ich habe nichts da oder haben wir doch abis die kohle darf sein so stoff ja gut aber darum eigentlich auch relativ ich könnte auch wieder kaffee verbrechen ich will jetzt ging kaffee verkaufen also nicht zwingend die kann ich auch gleich wieder verkaufen und klamotten mitnehmen wir kommen wir noch irgendwo vorbei wo wir es verkaufen können also wenn wir hier die ganze küste noch lang fahren aber hier oben kommt langsam am ende sind wir langsam da wo wir hin sollen ah sie soll ja sie sollte nicht äh und die haben ich habe holz dabei ok moin äh wie jetzt ok ich habe holz noch geladen wo auch immer ich sie habe oh die die hier machen fleisch ja leck mich an die füße hätte ich schön weil da kann man schon wieder gut einrichten ach hör mich auf ja mich ja ich müsste auch wieder mehr schiffe kaufen können aber ich gucke ja erst mal so ein bisschen rum die wieder tabak warst du schon mal in münchen nein noch nie gewesen also auch nicht nürnberg oder irgendetwas also gar nicht bayern weil noch nie ich müsste das ja für die krone mitnehmen es wäre lukrativ aber ich müsste für die krone mitnehmen blöde krone so und hier können wir schon wieder schön verkaufen ha so haben wir wieder ein bisschen geld gemacht so 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 so